Holen wir unser Goldbrand raus, haben wir jetzt die Lichts, ja, und dann gucken wir mal, überzeugen, spotten, 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 ihr seid erbärmlich, nein, wieder ein Glück, laden wir nochmal neu. Na los, das kann doch nicht so schwer sein, das kriegen wir doch hin, ich meine, ihr dürft sprechen, überzeugen, wir drohen nicht mal, überzeugen, drohen, überzeugen, spotten, überzeugen, drohen, aus meinen Augen, aber auch nicht. Wir können ja nicht mal, nee, können wir nicht. Hm. Hm, ich werde das hier noch ein bisschen probieren und irgendwann kriege ich es hin. Warte, wie viel Cola habe ich noch? 3526. Dann ist es jetzt Zeit, noch mal Wortgewandtheit zu skillen. Ich kann es skillen bis Level 51. Also, das ist unser Killer-Spiel. Und wenn man diese Fertigkeit nicht lohnt, als wir hier ja auch gehen, dann muss ich schon ganz klar. Was eigentlich logisch ist. Was ist denn dein Körper? Nichts. 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 Super, jetzt. Hallo, es ist ein Vergnügen, euch zu treffen. Wir können uns zu viel Geld ruhig überholen, also das was wir jetzt reinstecken, das ist ein lächerlicher Betrag, im Gegensatz zu der Summe, die wir auswählen könnten. Spreih! Überzeugen! Spotten! 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 Ihr habt den Projekt, oder? Ich kann sagen, das klingt doch schon toll. Spotten! Verschwindet! Spotten! Vielleicht werde ich das mal. Spotten! Ja, seid ihr beahmlich? Seid ihr beahmlich? Dann nicht. Naja, Versuch! Ich hab ganz schön Hunger. Es wird Zeit für einen... Einen Ur-Snake nachher. Ihr dürft sprechen! Ich hab das mal im Ferrero Küstchen. Ich weiß ja, eigentlich ist es nicht höflich sowas zu machen, aber es tut mir leid. Ich hab das mal in den Augen. Dann probieren wir es mal weiter. Vielleicht mit einer Kombination aus Spotten und Drohnen. Ihr dürft sprechen! Wie viel Geld haben wir noch? Oh! 692! Das ist nicht mehr viel! Oh, wir halten und kämpfen. Trinkt einfach Prügel nötig. Verschwindet. Wir sind erbärmlich. Ja. Ja. Toll. Super. Ja. Also irgendwie komm ich auf keinen Zweig mit denen. Das ist doch... Hm. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz! Ich muss... bezaubern für 15 Sekunden auf See. Boah. Hopla. Boah. Jetzt mag er mich. Spotten. 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 Das macht mich wütend. Spotten. Ich würde frieren. Spotten. Und kämpfen. Spotten. Spotten. Ah. Wir haben es geschafft. Yay. Ah. Jawohl. Wir haben ihn jetzt so wütend gemacht. Wir hätten es von Anfang an damit versuchen sollen. Ihn zu bezaubern. Das hat uns... ...geero-geero gebracht. Und dafür hatten wir jetzt mehr Versuche. Das wir auf uns einprobieren. Das ist wirklich nichts. No. Shit. Oh. 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 Tod. Yeah. Ja. Da guckst du was. Da guckst du. Das gehört jetzt alles von uns. Ne. Gut. Fast. Abgesehen davon, dass ich nichts mehr tragen kann. Fein gemacht mit Knochen. Ha. Tschau. Ah. Schöze wo. Ah. Ja, schon klar. Das ist wirklich mehr als nur ein Übelfett. Reichtum ohne Grenzen, wünsche ich. Fett ohne Grenzen. Das ist ich, das ist nämlich auch aus des Halurates. Und hier haben wir unsere Lady. Worum geht es denn? Verspeichern. Jetzt schauen wir mal. Rade da, hallo. Hm, was passiert, wenn wir noch mehr drauflegen? Wow, tausend Raten. Tausend Raten. Man am Kumbi. Ich zähle es mir nicht mit. Wir hatten 629. Und jetzt haben wir... 77.000. 801. Ja, wie gesagt, das ist... Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Cheaten bezeichnen will oder nicht, weil... Das ist ja ein Fehler im Spiel. Kann ich ja nichts dafür. Dieser Trick funktioniert allerdings nicht mehr, wenn man dem Haus hier beigetreten ist. Was ich mit dieser enormen Geldsumme jetzt machen möchte, weiß ich noch nicht. Das... Werde ich sehen. Auf jeden Fall. Ich lade das jetzt mal neu. Bis wir rumstehen und noch nicht, dass viele Geld haben. Und... Habe ich nicht schon von euch gehört? Jetzt speichere ich das Spiel. Als... Let's play. Mowwind. Part. 2. Punkt. Ne, geht ja nicht. 2. Punkt. 5. Mal. Das ist halt nur so ein Zwischenpart. Und ja... Es würde mich freuen, wenn ihr Kommentare da lassen würdet. Oder... Egal, wer sich das hier anschaut. Lasst den Kommentar da. Egal, was für ein wenig Kommentar ist, lasst uns da, bitte. Und ja... Ihr könnt euch das hier weiter anschauen. Es wäre mir eine Ehre, wenn mich irgendwer dauerhaft begleiten würde. Wie gesagt, ich mache das zu Ende. Auch wenn es bis jetzt noch nicht so aussieht, als ob ich hier viel erreichen würde. Aber... Ich schaffe das schon irgendwie. Vor allem jetzt mit meinem Super Equip. Wenn ihr wollt, dann... Lege ich dieses Equip auch ab. Vergesse ich das mit dem Goldbrand, benutze ich nicht diesen Geld Shield. Diesen Geld-Bug-Glitch. Warum? Dann spiele ich das vor. Aber ihr müsst es mir halt sagen. Ich würde auch nur, dass ihr diese Videos hier anschaut. Mein Gott. Ist das so schwer. Nein. Okay. Speichern. Ich wünsche dann... Na ja, gute Nacht kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wenn ich diese Videos hier hochladen werde. Aber... Viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Euer Derfo. Ich wünsche euch noch. Bis zum nächsten Mal.